Das Omikron-Reticuli-System im Jahr 2144-Standard-Ehrzeit. Der Beginn der größten Krise seit Menschengedenken. Diesmal geht es nicht nur um die Ausdehnung des Machtbereichs der Union. Diesmal geht es um die Zukunft des gesamten Universums. Die Spezialeinheiten der Union sind mit dem Universal Order auf dem Weg nach Uhellen. Wo unbekannte Spezies schon mit der Besiedlung begonnen haben, ohne sich an die Verträge und Moralvorstellungen der Union zu halten. Der Konflikt weitet sich immer weiter aus. Neue, gewaltige Basen und Städte machen das Vordringen der Union zu einem schweren, ja aussichtslosen Unterfangen. Die Besiedlung von Fügos VI schreitet immer weiter voran. Denn indianische Söldner konnten sich schon auf Fügos VII etablieren. Und auf Fügos V sind bereits Korb genandet. Hey, was ist das? Ein Skorbstachel? Der Kampf tobt auf allen Planeten und wird ein gewaltiges Beben durch das gesamte Universum schicken. Alle Spezies haben bereits ihre Befehle erhalten und warten nur noch auf den richtigen Moment, um auf allen Planeten und an allen Fronten unerbittlich und mit nie zuvor dagewesener Härte zuzuschlagen. Der Universal Order. Verteidigen Sie den Machtbereich der Union gegen alle fremden Rassen. Koste es, was es wolle. Mögen Ihnen die Götter beistehen. Geno. Geno.